Die PISA-Studie sorgt immer wieder für Diskussionen. Deutschlands Schüler liegen im Mittelfeld. Das hört man nicht so gerne und spricht von falschen Bewertungsmaßstäben. Das Problem, die eingesetzten Tests müssen überall auf der Welt für alle Schüler vergleichbar sein. Um dies bei der PISA-Studie 2009 zu gewährleisten, arbeiten schon jetzt Psychologen der Universität Heidelberg an der Entwicklung neuer Tests. Dieser gläserne Kopf trägt ein wichtiges Werkzeug, das in den Tests eingesetzt wird. Den sogenannten Eye-Tracker, der der Versuchsperson auf den Kopf gesetzt wird. Hauptbestandteil ist eine kleine Kamera, die die Bewegungen der Pupille nachvollzieht. Zuerst muss die Anlage genau auf das Auge der Probande justiert werden, damit der Blick in die Pupille die richtigen Ergebnisse liefert. Blicke sind ein Fenster zur Seele. Blicke helfen uns zu zeigen, worüber eine Person gerade nachdenkt, was sie gerade fokussiert. Und wir können aus den Blickbewegungsanalysen sehr genaue Aussagen über die inneren Denkprozesse machen. Konkret geht es um Planungsaufgaben. Die Probandin muss sich den kürzesten Weg suchen, um alle ihre Aufgaben in kürzester Zeit zu erledigen. Mit der Blickbewegungsanlage können die Forscher das visuelle Suchverhalten beim Bearbeiten der Aufgabe untersuchen. Bei diesem Test handelt es sich um eine Aufgabenstellung plane einen Tag, wo die Versuchsperson, unsere Testperson, Aufgaben bekommt, die sie im Laufe eines Tages erledigen soll und wo sie die richtige Abfolge finden soll und zugleich auch an den richtigen Orten zur richtigen Zeit sein muss. Solche Werkzeuge werden am Psychologischen Institut der Universität Heidelberg schon für viele Situationen eingesetzt. Bei künftigen PISA-Studien sollen sie Aufschluss über die Planungsfähigkeiten der Schüler geben. Und was in Heidelberg erforscht wird, ist bundesweit nahezu einmalig, denn es geht nicht um die Basisfähigkeiten der Schüler. Die PISA-Studie kommt nach Heidelberg, weil wir hier interessante Messinstrumente entwickeln. Messinstrumente sind in der PISA-Studie wichtig, weil wir bei 15-jährigen Schülern Aussagen über ihre Schlüsselqualifikationen treffen wollen. 15-jährige Schüler haben bestimmte Basisqualifikationen. Sie können lesen, rechnen, schreiben natürlich. Aber hier in unserem Fall geht es um die Schlüsselqualifikationen, die fächerübergreifend sind. Fächerübergreifende Schlüsselqualifikationen, dazu zählt das Problemlösen. Und Problemlösen ist mein Metier. Ein anderer Test wurde schon einmal in der PISA-Studie verwendet. Studierende am Psychologischen Institut haben sich für uns an den Computer gesetzt, um das kleine Raumfahrtspiel zu spielen. Das ist ein einfaches Spiel, in dem Schüler herausfinden sollen, wie eine komplexe Umwelt funktioniert. Und wir lassen ihnen eine Viertelstunde Zeit, eine sehr komplexe Umwelt, in der ein Raumschiff und ein Landefahrzeug zur Verfügung stehen, herauszufinden, wie das funktioniert. Und danach prüfen wir, was sie in dieser Viertelstunde gelernt haben, wie geschickt ihr Explorationsverhalten war. Und wir können damit mehr sagen, als mit traditionellen Intelligenztests. Und dieser Test soll in veränderter Form auch bei der PISA-Studie 2009 eingesetzt werden. Wir wollen die PISA-Messinstrumente im Bereich des Problemlösens noch besser machen. Wir haben schon gute Instrumente, aber wir sind der Meinung, wir können die Qualität noch steigern, wir können noch systematischer in der Entwicklung unserer Werkzeuge vorgehen und von daher sind wir ganz hoffnungsfroh, dass wir für 2009 eine noch bessere Version unserer Testinstrumente vorlegen können. Auch die Studierenden profitieren von der Entwicklung dieser Tests, denn in Heidelberg betritt man hierbei Neuland. Als kleiner Nebeneffekt könnte dabei auch die Frage beantwortet werden, ob die deutschen Schülerinnen und Schüler beim Problemlösen besser sind, als die jungen Menschen in anderen Ländern, ob also das oft gescholtene deutsche Schulsystem hier mehr zu bieten hat. Wir können das noch gar nicht ganz genau sagen, weil diese Erkenntnisse im Moment noch nicht auf weltweiter Basis vorliegen. Unsere Neuentwicklungen dienen unter anderem auch dem Zweck, die PISA-Untersuchungen, die ja in großen Teilen der Welt durchgeführt werden, mit einem solchen Problemlöse-Werkzeug überhaupt erst auszurüsten. Die ersten Untersuchungen fanden ausschließlich in Deutschland statt, sodass wir hier eigentlich noch keine Basis für einen breiten Vergleich zwischen Nationen haben. Diese Basis wird hoffentlich 2009 gelegt werden.